Kommen wir nun zur wichtigsten Komponente im Asynchronverhalten heutiger Web-Applikationen, Ajax. Asynchrones JavaScript und, ja, da stimmt nicht mehr XML. Wir verwenden hier JSON, dazu später mehr. Und der Name ist auch nicht original, sondern wurde vor acht Jahren von Jesse James Garnett ins Leben gerufen, um halt die Technologie doch etwas, ja, prickelnder zu machen. XML, HTTP Request, heißt das Original. Ajax assoziiert in beide Welten, in die Intellektuelle. Hier haben wir unseren griechischen Gott des Krieges, der Achilles-Tricht, warum auch immer. Und assoziiert weiter auch mit der profanen Welt des Haushalts. Ajax. Asynchrones JavaScript. 99 von Microsoft, schon im Internet Explorer 5 eingeführt als ActiveX-Objekt. Für webbasierte Office-Produkte aus dem Hause, Outlook und ähnlichen. Aber erst durch, wie gesagt, Garrett und einigen O'Reilly-Veranstaltungen, Konferenzen populär geworden. Mit Ajax ist es möglich, den DOM dynamisch zu verändern, ohne vollständigen Laden der Webseite. Ajax ist nicht eine Technologie oder ein Standard, sondern ein Bündel von Technologien wie HTML, CSS, JavaScript, Document Object Model, dem, hier das Kürzel dafür, XML, HTTP Request, JSON und der Rest-Architektur. Mit asynchronen JavaScript können HTTP-Requests an den Server abgesetzt werden, ohne dass die JavaScript-Engine des Browsers auf die Antwort warten würde. Also von dem ursprünglich synchronen Verhalten einer mit JavaScript unterlegten Webseite kommen wir mit Ajax zu asynchronen. Wir setzen Anfragen ab, warten aber nicht in der Benutzerführung, in der Interaktion mit der Benutzungsoberfläche, bis das die Antwort des Servers eintudelt. Google hat es vorgemacht, schon 2005, mit seinen Applikationen, die weitgehend bekannt sind. Wir betreten also hier nicht unbedingt Neuland, aber wir sind im Randgebiet der technologischen Spitze. Schauen wir uns das einmal anhand dieser Sequenzdiagramme an. Sequenzdiagramme nach der UML, Unified Modeling Language, sehen noch detaillierter aus und sie müssten auch direkt in ausführbaren Code übersetzbar sein. Das ist hier nicht gegeben, aber Sie sollen ja auch nebenbei etwas über Software Engineering erfahren. Also hier haben wir Ablaufdiagramme. Zu linken das klassische Verfahren. Webseiten werden hintereinander aufgerufen, indem halt Menüoptionen angeklickt werden oder Links. und der gesamte Inhalt wird ausgetauscht. Dom für Dom. Also Seite für Seite. Mit asynchronen JavaScript, Sie sehen das hier im Hintergrund, kann die Interaktion des Anwenders mit der Oberfläche der Webseite, es gibt nur noch eine hier, fortgesetzt werden. Also hier symbolisch dieses Seitenelement mit dem Buchstaben A soll ersetzt werden durch ein neues Seitenelement mit dem Buchstaben B. Der Rest bleibt erhalten. Mit JavaScript im Hintergrund, dass asynchron den Server anfragt, hierfür die notwendige Information, um den Dom der Seite 1 entsprechend zu ändern, bleibt der User auf dieser Seite, bis das der Request hereinkommt und ausgeführt wird. Ja, das ist im Wesentlichen der Unterschied zwischen einer Mehrseitenapplikation und einer Einseitenapplikation. Lassen Sie uns das etwas detaillierter darstellen, in Pseudo-Syntax. Wir haben also hier den Hintergrundprozess, JavaScript, kommuniziert mit dem Server. Und wir haben hier den Vordergrundprozess, was natürlich auch JavaScript ist, aber davon losgelöst die eigentliche Benutzerführung realisiert. Zunächst muss ein XML-Http-Request-Objekt erzeugt werden und dieser Variablen in HTTP zugeordnet werden. Dann geben wir die Anweisung, eine Verbindung zu erstellen. Also wir fragen den HTTP-Server, indem wir als Parameter die URL des Servers mitgeben, dann noch, ob wir asynchron oder synchron arbeiten wollen und auch den einen oder anderen Parameter. Öffnen also eine solche Verbindung und registrieren einen Event-Händler. Naja, hier sind noch ein paar Header-Deklarationen möglich. On-Ready-State-Exchange, da setzen wir unseren Händler dran, der aufgerufen wird, wenn die Antwort des Servers hier unten eintrifft. Dann machen wir die Anfrage mit Send. Die hält unsere Benutzerführung nicht auf. Sobald dieses Attribut, diese Eigenschaft des XML-Http-Request-Objekts, einen bestimmten Wert erreicht, in diesem Fall 4, die Nachricht liegt vollständig vor, wird der Event-Händler das entsprechend abarbeiten und die Antwort aus dem Response, in diesem Fall Response-XML, direkt übernehmen in einer Neukonfiguration des Doms. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Die Vorteile überwiegen das vorweg. Wir sind nicht mehr abhängig von proprietären Plugins, wie Adobe Flash, Silverlight oder von sicherheitskritischen Java-Applets. Das waren die Techniken, die man verwendete, um Single-Page-Apps bis dato zu realisieren. Trotzdem sah man diesen Anwendungen immer an, dass dort ein Strukturbruch zur eigentlichen Seite vorlag. Denken Sie mal an Java-Applets, wie sie vor 10 Jahren aussahen und wie auch heute. Das erkennen Sie mit entspannter Pupille sofort. Was man ja haben wollte, ist dieses flüssige Interaktionsverhalten einer Webseite, so wie man es vom Desktop, von der Desktop-Anwendung her gewohnt war. Reaktiv, fluide, flüssig und mit viel Grafikoption. Bei dem klassischen Vorgehen, eine Seite vollständig neu zu laden, wenn der User einen entsprechenden Menüunterpunkt aufgerufen hat, bei diesem Vorgehen, Multi-Page-App, wenn Sie so wollen, kommt es zu einem Flickern, zu einem Aufhellen der gesamten Seite. Also es fällt sofort auf, es springt ins Auge, es ist eine gewisse Unruhe im Bildschirm, dass hier etwas anderes passiert ist. Weiterhin auf der Pro-Seite. JavaScript wird vordergründig weiter abgearbeitet. Und erst, wenn Hintergrundprozesse Daten liefern, wird der DOM nur an dieser einen Stelle, was die Daten dann spezifizieren, neu aufgebaut. Nachteilig. Nun zum einen die Sicherheitsmaßnahme, die JavaScript übergestimmt wurde, nämlich Same-Origin-Policy. Der Browser ruft JavaScript nur dort auf, wo die Seite auch hergekommen ist. Das URI-Schema muss komplett, vollständig übereinstimmen. Das heißt, wenn Sie JavaScript von einer anderen Domäne aufrufen, dann wird dieser Aufruf blockiert. Aus Sicherheitsgründen. Das ist ein Feature. Nun, in AJAX-Zeiten will man ja aus vielen Quellen im Netz, von vielen APIs im Netz profitieren. Und wechseln natürlich einen Home-Server, Origin-Server. Und da muss man tricksen. Beziehungsweise, das W3C hat diese Problematik erkannt und den sogenannten Kurs Standard Cross-Origin-Resource-Sharing empfohlen. Der ist erlaubt, und heutige Browser in der neuesten Version unterstützen das auch, einen Austausch zu machen zwischen Server und Browser, zu sagen, ja, du, ich erlaube dir als Server, dass du auch von mir JavaScript ausführst. Unter Anfängern in der JavaScript-Programmierung oder überhaupt in der Web-Programmierung kommt es manchmal zu Unverständnis, warum eine Web-Anwendung, die vollständig auf der lokalen Festplatte liegt, im Browser nicht ausführbar ist. Nun, das liegt an der Same-Origin-Policy, die hier verletzt wird, wenn im Code sicherlich HTTP-Protokolle angesprochen werden, HTTP, HTTPS, und der Browser diese Datei aber von der Festplatte holt, über das File-Protokoll, man achtet auf die drei Slashes hier, so stimmt das nicht mehr überein, und hier haben wir eine Verletzung der Same-Origin-Policy. In den Anfangszeiten der ersten Ajax-Programme gab es natürlich das Problem, dass sie den History, den Zurück-Button des Browsers nicht verwenden konnten, weil dann landeten sie immer auf die Seite vor Aufruf der Web-App, der Single-Page-Web-App, und dann raus. Ja, das hatten wir auch bei Asnobber so, wer dort naiv einfach mal den Zurück-Button gedrückt hat, war draußen. Schwierig natürlich auch, ein gutes Ranking zu kriegen, bei den Suchmaschinen, wenn sie immer nur diese eine Seite angeben können, aber sich nicht auf die aktuellen Inhalte oder Zustände der Web-App. Das ist mittlerweile aber auch umgesetzt durch Standards wie History-API und einigen Tricks. All das können Sie in Ruhe nachlesen im Working-Draft-Standard des W3C. Und auch mal für Sie interessant, wie wird so etwas dokumentiert. Das ist ja relativ neu. Und man glaubt es kaum, es ist verständlich. Was Sie hier lesen, was überhaupt in den Drafts, in den Arbeitspapieren von W3C oder in den Request for Commons anderer Standardisierungsorganisationen formuliert wird, ist das Material, aus dem dann die Bücher geschrieben werden. Das, was hier steht, werden Sie dann in Buchform irgendwo wiederfinden. Das sind schon fast Plagiate. Es wird 1 zu 1 übernommen. Schauen Sie sich das mal in Ruhe an. Insbesondere die Attribute und die Methoden des XML-HTTP-Request-Objekts. Wir haben ja durchaus hier eine Objektorientierung vorliegen. Das ist nicht viel, das ist überschaubar. und Sie haben dann einen doch einfacheren Zugang zu der Ajax-Technologie oder dem Bündel an Technologien. rufen Sie Asnova im Firefox einmal auf, so wie das Bild hier es zeigt. Melden Sie sich dort an, geben Sie Feedback und schauen sich im Firebug den HTTP-Verkehr an. Also Network, Netzwerk, Tab, .xml-http-request und dort, wo Sie, ja, wir haben es ja hier rausgefiltert, das sind alles XML-http-requests. Sehen Sie, wenn Sie einmal hier den Source-Text aufmachen, dass das Framework, was wir hier verwendet haben, JavaScript-Framework, mit Set-Request-Header mitgeteilt hat im Server, dass wir ein XML-http-request-Objekt lokal haben, das darauf wartet, die Antwort zu bekommen. Also, Übung macht den Meister, aber viel wichtiger ist die Analyse bestehender Anwendungen, um an dem Verkehrsprotokoll die Begriffe und die Abläufe zu studieren.